Smarana, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das Thema, wann ist es endlich genug? Ich denke, schon fast jeder hat sich mal diese Frage gestellt. Gerade die aktuelle Situation macht uns ja schon sehr schwer zu schaffen. Und ja, wann ist es jetzt wirklich endlich mal genug? Was geschieht noch alles oder was sollte geschehen, damit es besser wird? Und da gibt es ganz interessante wissenschaftliche Erkenntnisse. Also Smarana versucht ja immer die Wissenschaft und die Spiritualität irgendwie zusammenzubringen. Und deswegen ist auch dieses Video heute entstanden. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Neriana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium von der Smarana Gruppe, welche in Deutschland, Österreich und der Schweiz über ihre Partner vertreten ist. Bei uns findest du ein, das ist fast das größte Online-Portal für Webinare in der spirituellen Weiterbildung. Ja und heute dieses Thema, es geht um das Licht der Erde. Und zwar haben Wissenschaftler aus den USA, aus dem Big Beer Solar Observatory, festgestellt innerhalb 20 Jahren, dass das Licht der Erde dunkler wird. Das ist so das Gegenteil, was wir in der Spiritualität immer hören. Der Quellnachweis ist unter dem Video, könnt ihr gerne nachlesen. Und zwar hat man also tatsächlich 20 Jahre lang immer wieder Messungen vollzogen über den Erdschein, der über den Mond oder zum Mond zurückreflektiert wird. Und der ist natürlich jeden Tag anders und auch abhängig von der Jahreszeit unterschiedlich. Aber so dieser Durchschnitt der Messungen hat ergeben, dass er also tatsächlich nachlässt. Und man hat auch herausgefunden, dass also auf bestimmten Stellen der Erde das Licht mehr strahlt und auf anderen Stellen weniger strahlt. Da kann ich jetzt euch schon beruhigen. Deutschland und Europa, da strahlt das Licht also tatsächlich heller. Und dann sage ich Danke, Smarana, an euch. Ihr tut eine sehr gute Lichtarbeit, denn sonst wäre das sicher nicht so. Die Gegenden, wo das Licht nicht so stark strahlt, ist Süd- und Nordamerika. Wurde also von den Wissenschaftlern selbst herausgefunden. Jedoch sind die Wissenschaftler sprachlos. Sie können damit nicht so viel anfangen. Und es steht auch in dem Bericht, den ihr übrigens hier unten findet, dass man mit dem Verstand das alles nicht begreifen kann. Und das ist für mich der Ansatzpunkt. Denn wir als Lichtarbeiter sind ja hier auf der Erde, um das Licht auszudehnen, um das Licht auf die Erde zu bringen, zu erhalten und zu stärken. Das tun wir scheinbar ganz gut jetzt innerhalb Europa. Aber irgendwie muss es auch in Amerika nicht so gut funktionieren. Ja, und jetzt frage ich mich, wann ist es denn endlich genug mit diesen ganzen schlimmen Nachrichten, die uns das Leben schwer machen, die die Menschheit beeinflussen, sodass man gar nicht mehr so frei ist. Ja, das kommen Bestimmungen heraus, die unser Leben schon fast nicht mehr lebenswert machen, wollte ich sagen, also es stimmt nicht so richtig. Natürlich ist unser Leben immer lebenswert. Und gerade in der Spiritualität ist es besonders lebenswert, weil wir ja da die Anbindung zu allem, was ist, haben. Und ihr wisst sicherlich auch, dass jeder Stern im Universum ja eine Leuchtkraft hat. Jeder Stern oder jeder Planet. Und unsere geliebte Erde hat es schon gerade sehr schwer. Sie braucht also unsere Unterstützung. Und sie zeigt ja auch in den ganzen Unwettern, die da die ganze Zeit passieren, ziemlich heftig, dass irgendwas nicht stimmt. Wir wissen genau, was nicht stimmt. Und die Erde zeigt es uns mit ihren Reaktionen. Und es ist an uns Lichtarbeitern, dass wir da Abhilfe schaffen. Und wir hatten ja schon mal ausgemacht, dass wir jeden Tag, wer Zeit hat, zehn Minuten vor 20 Uhr zusammen manifestieren und uns die neue Erde vorstellen mit glücklichen, gesunden Menschen, ohne Einschränkungen, also vollkommen in der Fülle zu leben. Und liebe, liebe, liebe Lichtmenschen, wir alle haben diese Kraft, die liegt in uns. Das ist unsere eigene Manifestationskraft. Und über die Quantenphysik, über die Quantenverschränkungen können wir das auch tatsächlich bewirken. Denn sofort, wenn wir uns vorstellen und wenn wir das alle tun und ganz, ganz viele Menschen tun, dann entsteht die neue Erde vor unseren Augen. Dann wird sich das einfach verwirklichen. Das ist so, das ist ein kosmisches Gesetz. Und wer jetzt neu in der Spiritualität ist, kann sich das nicht vorstellen, aber auch das wurde wissenschaftlich bewiesen in der Quantenphysik. Also ist unsere Arbeit, die wir hier innerhalb Europa tun, auf jeden Fall sehr fruchtbar. Und es heißt, dass wir jetzt uns in unserer Arbeit vielleicht auch mal mehr auf Süd- und Nordamerika konzentrieren sollten, um dort das Licht wieder zum Strahlen zu bringen. Denn dies können wir ja auch tun, einfach in dieser Manifestation. und das werden wir auch am Ende des Videos tun, dass wir das Licht an die Stellen der Erde führen, die ein bisschen schwach im Moment sind. Und je öfters wir das tun und mit unserem tiefsten Fokus der Liebe, dann wird sich das ändern. Und dann wird sich auch diese Erdsituation sowieso ändern, weil es ist ja überall auf der Erde dieses Problem verbreitet worden, über diese Angstmacherei der Krise. Und das bedeutet, je mehr wir, die wir das wissen, dass es nur etwas Geplantes ist, dieses geplante Spiel können wir durchbrechen und dann hört es auf. Und das ist wirklich das, worauf wir immer unseren Fokus legen sollten, denn wir haben die Kraft und wir sind tatsächlich sehr, sehr viele. Und es zeigt sich ja auch hier innerhalb Europa wundervolles, helles Licht. Wundervolles, helles Licht, alles ist da, das Licht ist bei uns. Und dieses Licht werden wir nun ausdehnen, dass es über die ganze Erde fließt. Mit einem anderen Fokus, nämlich dem Wissen, dass wir jetzt wissen, dass gerade Nord- und Südamerika Unterstützung braucht, dass diese Regionen dringend Unterstützung brauchen. und da werden wir uns heute darauf konzentrieren. Das ist wirklich wichtige Lichtarbeit, was wir heute zusammen machen. Und wir sind stark, wir sind ganz viele Menschen. Und je mehr Menschen das machen und auch daran glauben, umso schneller werden wir uns erholen und es wird dann ein Ende geben. Man kann es mit dem Verstand nicht verstehen. Das steht auch in diesem Bericht, dass also die Wissenschaftler sprachlos sind und wenn es dann in die Spiritualität geht, ist die Wissenschaft am Anfang immer sehr skeptisch, aber sie kommen dann, man sieht es ja an der Quantenverschränkung, doch darauf, dass es also stimmt, was alles in der Spiritualität geschieht. Und da ist ja jetzt erstens der freie Wille, zweitens deine Denkkraft, drittens dein Licht und deine Liebe. Das sind unsere Werkzeuge und mit denen wirken wir, denn wir sind ja erwachte Menschen oder befinden uns auf dem Weg des Erwachens. Jeder ist da, wo er ist, richtig und gut. Wir werden nicht bewerten, wir werden einfach alle zusammen dieses geballte Licht zu einem großen Lichtstrahl formen und dort die Erde unterstützen. Die Erde ist ein Wesen, sie ist lebendig und die Erde braucht einfach auch unsere Unterstützung. Sie zeigt es ja tatsächlich in diesen gewaltigen Naturkatastrophen, die im Moment heftig sind, die oft geschehen. So war das früher nicht. Wir wissen, dass das auch vorausgesagt wurde. Wir wissen aber auch, dass wir helfen können und das sollten wir immer beachten. Es ist ganz wichtig, dass wir diese negativen Nachrichten wirklich nicht beachten, dass wir uns immer, immer möglichst auf das Licht konzentrieren und auf die Liebe, denn so werden wir es verändern. Das ist diese Machthaber, die also jetzt gerade so streng versuchen, noch mehr Macht zu bekommen, noch mehr über alles zu bestimmen, die können wir ändern. Wir können sie ändern, indem wir unser Licht aufstrahlen lassen. Das können wir und daran sollten wir glauben, denn diese Kraft liegt in jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir uns alle zusammentun, dann geschieht etwas. Wir sehen es ja, weil innerhalb Europa und auch nach außen herum ein bisschen hat sich das Licht gehalten. Es wurde nicht weniger, es wurde sogar ein bisschen mehr. Und genau das ist der Fokus, auf den wir Wert legen sollten, das Licht immer mehr zu vergrößern. Dann wird es einfach gut bei uns. Ja, und jetzt lade ich euch ein, dass wir zusammen diese wichtige Meditation machen, in der wir alle unsere Kraft hineingeben werden. So viel ihr könnt, so viel ihr könnt von eurem Licht einfließen lassen. Und wer es sich von euch, ihr werdet dann gefragt in der Meditation zur Verfügung stellen möchte als Kanal, der darf sein Einverständnis geben und da wird von Gottes Liebe so viel Licht auf die Erde fließen, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Deswegen freue ich mich so sehr, dass ihr hier seid und wer mich noch nicht abonniert hat, der kann dies bitte tun und auch die Glocke aktivieren, denn dann werdet ihr von YouTube sofort daran erinnert, wenn ich ein neues Video gepostet habe und es geschehen ja doch wichtige Dinge im Universum, die man eigentlich auch immer wissen sollte, damit man up to date ist, damit man zusammen so wundervoll wirken kann, wie wir es heute tun. Deswegen freue ich mich, dass du da bist und deine Zeit mit mir verbringst und jetzt werde ich mich mal einsprühen. Ich werde mich erst reinigen und dann werde ich mich mit Kraft und Mut mal einsprühen. Kraft und Mut für die Lichtarbeit, für die große Lichtarbeit, die wir jetzt zusammen machen. Die wir jetzt zusammen machen. Geliebter Mensch, fühle dich ganz herzlich willkommen. Die Engel des Lichtes betreten diesen Raum, denn sie wurden gerufen, heute bei uns zu sein. Und so erhöht sich die Energie und breitet sich um dich herum aus. Die Engel des Lichtes, sie flüstern dir zu. Das höchste Gut ist die Liebe und das Licht deiner Seele. Das ist das, was uns alle zusammen verbindet. Über dieses Licht bekommen wir Vertrauen und Kraft. Und so sprechen die Engel des Lichtes zu dir voller Freude und Wahrhaftigkeit. Geliebter Mensch, bitte erlaube dir, dich heute so tief wie möglich in die Worte und Energien fallen zu lassen. Erlaube dir, für das Licht zu wirken im Kreise deiner Lichtgeschwister. Und so wirst du nun gefragt, ob du als Kanal dienen möchtest, ob du als Kanal des Lichtes unsere Erde unterstützen möchtest. Und je nachdem, ob du mit Ja antwortest, werden die Engel des Lichtes über Gottes Gedankenfelder die allerhöchste Liebe, das allerhellste Licht durch dich hindurchfließen lassen. Und so sage nun, gebe uns dein inneres Ja. In dem Moment öffnet sich dein Kronenchakra und die Verbindung zu Gottes Liebe wird hergestellt und so ergießt sich Gottes Licht in dein Kronenchakra hinein, fließt durch deinen ganzen Körper und fließt durch dein Wurzelschakra auf die Erde. Und nun lenke deinen Fokus darauf, dass die Energien des Lichtes in die Regionen der Erde fließen, wo unsere Erde Unterstützung braucht. Lass es einfach fließen und genieße selbst auch die hohe Energie. Denn bei dieser Lichtarbeit wird deine Energie erhöht und ausgedehnt. Und so gebe ich dir nun ein wenig Zeit, als Kanal zu dienen. Vielleicht kannst du die Lichtstrahlen wahrnehmen, wie sie über die Erde fließen, wie sie sich bündeln zu einem großen, starken Lichtstrahl. Und wie nun die Engel des Lichtes diesen Strahl nehmen und ihn genau dorthin führen, wo unsere Erde Unterstützung benötigt. Und so entstehen große Lichtpunkte auf der Erde. Die Strahlkraft erhöht sich immer mehr. Gottes Liebe, Gottes Licht fließt durch dich hindurch. Falls du die anderen Lichtarbeiter wahrnimmst, könnt ihr euch an den Händen nehmen und dadurch einen noch größeren Lichtstrahl entstehen lassen. Dieser Lichtstrahl erfließt über die Erde, in die Erde, genau dorthin, wo Licht benötigt wird. Und du nimmst an dem Ritual des Lichtes teil, das Ritual zur Stärkung, das Ritual der Liebe, des Vertrauens. und der Manifestation, dass alles, alles sich zum Guten hin verändert, dass das Licht noch größer wird, noch mehr Kraft bekommt, dass die Dunkelheit weicht und die neue Erde entstehen kann. Stell dir nun vor, wie diese neue Erde aussehen soll. Manifestiere mit deinen Gedanken Gesundheit, Lebensfreude, Fülle auf allen Ebenen und glückliche Menschen, welche in Freiheit leben. So beginnt nun, deine seele sich auszudehnen denn es ist vollbracht du hast zum allerhöchsten wohle gewirkt die erde gestärkt die menschen gestärkt dem licht platz gemacht noch viel mehr platz gemacht als vorher war und so trägt dich deine seele wieder sanft zurück in dein hier und jetzt an den ort wo du zu hause bist dann bewege hände und füße öffne deine augen und sei wieder ganz da marana an alle die heute mitgemacht haben und für das große und ganze so viel licht ausgedehnt haben ihr seid so wundervoll und wer gerne noch etwas unzensiertes zu diesem video erfahren möchte darf aufs marana tv kommen und dort weitere informationen anhören ich danke dir sehr für dein licht und für deine liebe aber eine schöne zeit bis zum nächsten mal ein küsschen und eine umarmung Tschüss 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 Samana